Der japanische Technologiekonzern Sony, Hersteller von Fernsehern, Kameras und Spielekonsolen, will ab dem kommenden Jahr damit beginnen, auf Verpackungen aus Plastik zu verzichten. Allerdings zunächst nur für kleinere Produkte. Ab dem kommenden Geschäftsjahr, das am 1. April 2023 beginnt, sollen neue Produkte, die weniger als ein Kilogramm wiegen, umweltfreundlicher verpackt werden. Das kündigte nun ein Unternehmenssprecher an. Man werde vor allem Papier nutzen und ein Material aus Bambus, Altpapier und Zuckerrohrfasern. Das sagte der Sprecher. Produkte, die weniger als ein Kilogramm wiegen, sind etwa Smartphones, Kameras oder Zubehör wie Kopfhörer und Kabel. Auch größere und schwerere Geräte will das Unternehmen möglichst nicht mehr in Plastik verpacken. Hier hat sich Sony aber noch keine Frist gesetzt. Schätzungen der OECD zufolge wurden im Jahr 2019 weltweit 460 Millionen Tonnen Plastik produziert und über 350 Millionen Tonnen Plastikabfall. Weniger als 10 Prozent werden demnach recycelt, 22 Prozent landen irgendwo in der Landschaft, in wilden Müllkippen oder werden verbrannt. Die OECD warnt, dass der Plastikmüll sich ohne radikale Gegenmaßnahmen bis 2060 verdreifachen könnte.